Hallo und herzlich willkommen zum Traders Club Shortcheck. Wir schauen auf die großen Indizes kurz vor dem Wochenabschluss. Wir haben natürlich noch ein großes Ereignis mit der Rede von Fettchef Jerome Pau. Dazu habe ich heute schon einiges erzählt. Im Video veröffentlicht, schaut euch gerne dieses Market Briefing an. Da habe ich die einzelnen Szenarien abgewogen, wie die Marktreaktion auch auf den zweiten Blick ausfallen kann. Das Video blende ich euch gerne nochmal ein. Jetzt geht es aber um die allgemeine short-technische Lage, der Wochenverlauf bisher. Ja, ein bisschen Sommerhandel, es fehlen die Impulse. Letztendlich alle leicht im Plus, aber wirklich nur eine minimale Wochenperformance. Wir schauen mal, ob sich was verändert hat, ob eine Konsolidierung im Raum steht, was nicht passieren darf im großen Bild, worauf die Bullen hoffen müssen, worauf die Bären setzen sollten. Schauen wir uns hier alles an. Wir beginnen mal mit dem DAX und gehen direkt hinein. Hier im DAX Monatschart zu sehen, hier ist der Bärenmarkt 2021, 2022. Seitdem läuft der neue Bullenmarkt. Das hat mal alles im letzten großen Wochenausblick mal etwas im größeren Bild beleuchtet. Seitdem läuft eigentlich ein Impuls, der hier aktiv ist. Und mit dem Impuls, mit der aktuellen Monatskerze, die hier zu sehen ist, die hat in sich die August-Monatskerze. Wir haben den Aufwärtstrend des Bullenmarkt getestet, den wir hier gestartet haben. Ende 2022 mit dem Bullenmarkt haben wir den Aufwärtstrend an der August getestet. Haben dort auf Wochensicht eine Hammerkerze stehen gelassen. Das ist alles kein erstmal bärisches Bild, dass man irgendwie in einen Bärenmarkt oder sonst was eingetaucht. Im Gegenteil. Das ist einfach nur das Sommergewitter, was im Raum stand. Und das haben wir erstmal nur geholt und notieren jetzt mit der Monatskerze sogar auf Monatshoch. Also ganz schöne heftige Volatilität, die wir hier gesehen haben. Aber Sommergewitter, das war hier das Sommergewitter letzten Jahr. Da haben wir hier den August, September, Oktober und danach ging es weiter mit dem Impuls. Und ein bisschen habe ich ja auch hier diese Impulsbewegung nach LJ eingezeichnet, dass man hier eventuell auch mit dem Sommergewitter in diesem Jahr, hier wird dann auch die September, Oktober ausgebildet, vielleicht auch nochmal mit etwas Schwächetendenz. Aber halten wir jetzt dieses Niveau, rächen wir nicht durch das Tiefdurch vom Anfang August, ist meiner Meinung nach die Chance gegeben, dass der DAX dann auch ein positives viertes Quartal sehen kann. Vielleicht dann wieder ein bisschen gestreut mit Konjunkturhoffnung. Man schleppt ja Ewigkeiten, Nullwachstum mit, es kann da fast nur besser werden. Gut möglich, dass man das dann wieder mitträgt und dann läuft man in die Fünfte hinein. Fünfte ist natürlich auch eine Abschlusswelle, aber das schauen wir dann alles Stück für Stück an. Die Chance jedenfalls, dass wir hier auch bloß so einen Sommergewitter hatten, als konsolidierende vierte Welle. Größter Jahresrücksetzer war ja auch ein bisschen unser Basisszenario, dass danach weiter nach oben geht. Die Chancen sind durchaus gegeben, aber wehe, wir brechen hier durch, wir brechen durch die 17.100. Das darf nicht passieren. Also ein bisschen das große Bild, Bärenmark 2022 beendet, Bullenmark 2022 aktiviert, der noch relativ jung ist. Und ja, wir haben diesen Sommer bisher nur mit dem stärksten Rücksetzer des Jahres den Aufwärtstrend des Bullenmarktes getestet und dort eine ziemlich bullische Reaktion gezeigt. Also für übergeordnete Bären ist ja wahrlich noch nichts Interessantes dabei. Auch jetzt hier mal in den Cetradax hinein, auch nochmal zu sehen, die Corona-Rally, dann der Bärenmarkt, wie eben gezeigt, 2022. Wir sind hier im Monat, schaut hier die Kerze, einen Monat. Und dann haben wir hier eine Kappe, eine Händel-Formation ausgebildet, eine Tasse mit Henkel. Das ist eine solide Umkehr-Formation, einer der stärksten. Und ja, stand so ein bisschen im Raum, dass wir den Rücklauf sehen zur Ausbruchzone und dann weiter nach oben laufen können. Ja, wir haben den Rücklauf schon ziemlich weit abgearbeitet, haben uns stabilisiert am Aufwärtsdrehen. Vielleicht reicht das ja eben dann auch schon. Also mehr muss es auch nicht sein. Hier sind die Monatskerzen hier seit März quasi nebeneinander hingestellt. Zu viel Abgabedruck wurde nicht aufgebaut mit der Chance eben, dass dieser Rücksetzer in der Tat schon der Rücksetzer ist, der dann wieder die Stabilität bringt. Im Spätsommer mit dem Sommerquitter um danach im vierten Quartal, was ja mit den stärksten Quartalen, Thema Jahresendrallye gehört, dass man dort wieder durchstarten kann. Aber September, schwieriger Monat, der wird ja hier dann ausgebildet, die Septemberkerze, dass man hier durchaus nochmal ein gutes Stückchen in diese Vormonatskerze bzw. in die aktuelle Kerze hineinlaufen können. Und das wäre so der Bereich 18.000, 17.600 wäre, womit man rechnen muss beim DAX, was vollkommen in Ordnung wäre. Da wären wir auch nochmal im Aufwärtstrend und spätestens dann müssen wir dann nach oben ziehen in Sache der fünften Welle und sehr positiver Jahresabschluss. Durchbrechen, Obacht, Türöffner Richtung 16.500, brechen wir durch die 16.500 durch, rot dann auch eine übergeordnete Eintrübung im DAX. Haben wir ja momentan nicht. Kurz hier im Wochenschort hinein bzw. vereinfachte Bild hier auch mal. Da haben wir seit Herbst letzten Jahres eben auch einen bullischen Impuls ausgebildet. Den konsolidieren wir gerade bzw. haben wir ihn schon gut konsolidiert. Hier nochmal die Wochenkerze nach Test, dass der Bullenmarkt aufertrennt, hochgezogen, ziemliche Hammerkerze stehen gelassen und hier dann doch weitere Dynamik ohne weiteren Zwischenschritt ausgebildet. Aber das kann durchaus noch folgen, dass wir eben hier doch nochmal zurücklaufen können. Das untere Bonninger Band um 17.600 aktuell. Aber wo müssten wir durch? Ich gehe mal kurz hier rein nochmal in den Cetra DAX. Die hatte ich mir einfach angesprochen, 18.280. Das ist der erste wichtige Bereich, wo man sagen kann, hier beginnt die Konsolidierung. Nochmal der Zwischenschritt, wie eben erwähnt. Der kann 18.000, 17.800 maximal im Bereich der 17.600. Das wäre noch in Ordnung, wenn wir hier so reinfallen könnten und es dann wieder stabilisieren. Stabilisieren vielleicht dann in der Tat auch Mitte September, dass wir jetzt nochmal hier zurücklaufen, dann nochmal den Aufwärtstrend testen und dann die Bestätigung nach oben suchen. Das ist ein Bild, was man im Hinterkopf haben müsste, weil September ist gerne nochmal schwierig. Aber das war das unterhalb des 2.80 interessant. Momentan haben wir ja diesen starken bullischen Impuls immer dagegen gestellt. Das hatte ich schon mehrfach gesagt. Schwierig. Dann lieber abworten, ob die Konsolidierung wirklich bullisch erfolgt und dann den guten zweiten Einstieg suchen. Also oberhalb der 18.280 Spanne 50 aktiv weiter. Dort stehen wir an der Oberseite. Bleiben wir oberhalb, schließen wir oberhalb, müssen wir in der nächsten Woche auch den Aufwärtstrend an der 18.700 noch einplanen. Unterhalb Konsolidierung nimmt ihren Lauf Richtung 18.000, dann 17.800. Das gibt schon gute Gegenwehrchancen. Aber wenn wir schon so tief laufen, sehe ich die gute Chance, dass wir Richtung September, das wäre ja schon Mitte, Ende September, doch nochmal runterlaufen, nochmal den Bullenmarkt aufwärtstrend testen, nochmal den unteren Bollinger Band und dann nach oben ziehen können. Obacht, wenn wir durchbrechen. Durch die 17.600 bitte nicht mehr. Wäre da hinweist die Tiefsrufen, 17.1 wieder und beziehungsweise sogar, dass wir die Tür Richtung 16.500 öffnen. Das wäre dann wirklich, wenn wir hier durchbrechen, vorröse sich das bitte nicht. Gut, dass der DAX, wir gehen noch in den S&P 500 rein. Wollen wir alles ein bisschen angucken. Der S&P 500, auch hier die Zeichen von der letzten Woche nochmal, übergeordnete Bild der Monatschart, jede Kerze einen Monat. Hier die Rallye 2020 mit Corona, Liquiditätsbud, dann der Bärenmarkt, den wir hatten, der aber nur die bullische Konsolidierung war. Also Bärenmarkt 2021, 2022 war nur die Bullenflacke dieser starken Anstiegsbewegung seit Corona. Und die haben wir aufgelöst und seit Ende 2022 ist nun der Bullenmarkt aktiv, der neue. Und auch hier, gut denkbar, dass es hier noch weiter geht. Gerade ins Jahresabschluss hinein, wir hatten ja auch eine ziemlich gute Performance, die dann eigentlich auch immer für ein gutes Jahr spricht. Aktuelle Sommergewitter tut noch nicht zu sehr weh. Es war auch hier im Plan, dass wir nicht ganz so starke Volatilität, gebe ich zu. Aber dass der stärkste Jahresrücksetzer uns jetzt erwartet, stand im Raum. Und mit 10% muss man da immer rechnen. Das sind meine Worte, die ich hier immer wieder wiederhole. Bullen, Vorsicht in der Euphorie und bei Angst, dann ruhig mal wieder zugreifen. Wenn es denn nicht für einen Bärenmarkt ist, der so einen langen Rattenschwanz mit sich bringt. Wie gesagt, der Bullenmarkt ist hier weiter aktiv. Das war ja das Sommergewitter letzten Jahres, ganz ähnlich ausgebildet hier. Und hier war auch die Augustkerze, habe ich schon mehrfach gezeigt. Die Worte mit dem ersten Abverkauf in August ist man da fast wieder komplett ans Jahreshoch gelaufen. Und hat auch relativ gut die Monate auch beendet. Aber dann kam im September doch noch mal was nach. Und momentan, ja, die Kerze ist größer ausgebildet. Aber auch hier, lange Lunter, wieder gut hochgezogen. Steht wieder am Jahreshoch, beziehungsweise sogar im Allzeithoch. So kann durchaus sein. Das steht noch September, Oktober. Und dann haben wir vielleicht wieder nur dieses Sommerquitter. und danach geht es dann trotzdem weiter hoch in die Fünfe. Also momentan, das Hochziehen ist auch nicht unbedingt sicher, dass es wirklich jetzt schon die einseitige Bewegung nach oben wieder intakt ist. Gerade eben der September, schwierigste Monat des Jahres. Zweite Septemberhilfe, besonders schwierig. Also die würde ich nicht abschreiben wollen. Damals hier, vor einem Jahr genau, hatten wir ein ähnliches Hochziehen wieder nach dem Abverkauf. Alle waren wieder glücklich, da kam doch noch mal was nach. Also der Bereich hier dürfte noch umkämpft bleiben. Zumindest hineinlaufen etwas in die aktuelle Monatskatze. Muss eingeplant werden. Nicht, dass man hier oben gleich wieder dynamisch ist. Die ziehen gleich komplett durch. Ich glaube, wir werden September hier durchaus noch ein gutes Stück in die Vormonatskatze hineinlaufen. Aber im besten Fall eben nur, als das Sommerquitter, das was wir im letzten Jahr auch gesehen haben, wo es danach eben weiter nach oben gehen kann. Das ist das übergeordnete Bild. Also Bullenmarkt intakt, für alle, die hier schon Bärenmarkt geschrien, da gibt es ja immer einige, die rufen immer Bärenmarkt. Ja, oder eine Bärenmarkt-Rallye noch besser ausgesprochen haben nach dieses Hochziehen. Was ja heiß, wir müssten im Bärenmarkt sein. Das hier ist erst mal kein Bärenmarkt. Definitiv nicht. Wir sind da noch vollkommen im Bullenmarkt drin. Das ist auch nicht gefährdet. Von daher haben wir auch noch keine Bärenmarkt-Rallye gesehen. Wenn wir in den Bärenmarkt tauchen, sagen wir schon rechtzeitig. Bescheid aus der Bullenmarkt ist intakt mit der guten Chance, dass da auch noch was draufgepackt wird und auch der positive Jahresabschluss gelingt. Kommt hier irgendwo ein Trigger, irgendwo eine Katastrophe, irgendwo ein großer Krieg oder die tiefe Rezession wird auch ein Punkt sein. Ja, aber die Bärenmärkte brauchen den Trigger. Den sehen wir nicht und fällt ja aus. Ja, dann, der Markt steigt in zwei, drei Viertel der Zeit, zwei Viertel der Zeit steigt der Markt immer an. Und dann steigt er eben weiter. Und der Trend ist hier ja vollkommen intakt. Wir gehen hier mal in den Kassakurs hinein. Das gleiche Bild hier auch nochmal zu sehen. Das ist hier der Trend seit 2022. Ja, intakt. Wir haben mit der 5100 erstes wichtiges Fibu-Level erreicht vom Bullenmarkt-Aufwärts-Trend. Bullenmarkt-Aufwärts-Trend ist schon richtig formuliert seit Ende der Bewegung 2022. Und dort haben wir uns stabilisiert. Da war der DAX am wichtigen Bullenmarkt-Trend. Also wir haben schon wichtige Unterstützung erreicht und wollten gucken, wie man reagiert dort. Wie reagiert man dort? Man reagiert ziemlich gut dort. Also das heißt schon, der Bullenmarkt hat ja schon noch seine Kraft. Aber trotzdem, auch hier, ich sage, ich glaube, wir haben hier sicherlich noch gute Chancen, nochmal in zumindest ein gutes Stück die Vormonatskarte hineinzulassen. Und vielleicht ja wirklich sogar sowas noch. Das ist der letzte Sommerquitter 2023, dass man dann auch nochmal die Tiefs sehen kann. Das möchte ich wahrlich nicht abstreiten hier. Die Chancen stehen im Raum. Darauf wetten möchte ich aber eben auch nicht. Dafür ist das immer einfach im Bullenmarkt noch drin, um ja zu sagen, ich wette auf alle Fälle, dass diese Konsolidierung noch kommt. Dann setzt man doch gegen den Trend. Wird man natürlich dann sicherlich gleich wieder angekreidet, dass ich mich so vage halte. Ja, aber es ist nun mal so, dass man lieber im Trend, gerade bei größeren Swings, lieber im Trend bleiben möchte. Deswegen bin ich jetzt auch zurückgehalten. Man konnte ja eine Shortschance hatte man gehabt. Und jetzt muss man da nicht unbedingt reinspringen, obwohl man natürlich, wo ich ja sage, September bleibt nochmal schwierig. Aber dann müsste man gegen den Bullenmarkt wetten. Und das muss vielleicht nicht sein. Wir gehen hinein in den Wochen-Short. Da haben wir ja mehrfach angesprochen schon den Bereich der 5.640. Fast jeden Tag, statt im Raum, immer wieder mal hingelaufen, hingelaufen und nicht richtig geholt. Das ist der Aufwärtstrend hier von Herbst letzten Jahres, dass wir dort mit der Wochenkerze mal oben anklopfen. Haben wir gestern geschafft und haben dann erste Schwächertendenz gehabt. Nun mal sehen, fällt ja Happy Friday aus. Also haben wir vielleicht doch eine Schwäche in den Wochenschluss hinein. Haben damit vielleicht diese schwache Wochenkerze stehen. Wie gesagt, noch einen Tag. Mal gucken, wie sie am Ende steht. Schwache Wochenkerze wäre dann die Einladung. Ja, diese Bewegung, diese Rally, die wir jetzt gesehen haben von den Tiefpunkten, die steht in der Konsolidierung. Und die kann durchaus uns in dem Vierer, Fünf-Vierer-Bereich in der nächsten Woche dann wieder führen. Aber dafür müsste man diese Wochenkerze in der Tat schon mal eintrüben. Und vor allem die Schwäche muss Bestand haben an der 5.640. Bleiben wir dort oberhalb, kommen wir vielleicht zurückgelaufen. Jerome Powell liefert irgendwas, was der Markt haben möchte. Ja, dann sehen wir eher die Bewegung zum neuen Allzeithoch zum oberen Bollinger Band. 5.700, 5.730 bei den nächsten Anlaufzonen. Aber bleiben wir so schwach, dann haben wir erstmal die Range 5.640 Richtung 5.550. Die haben wir gestern auch gleich geholt. Und 5.530 dort durchbrechen. Und weitere 100 Punkte auf der Unterseite im Sinne einer bullischen Konsolidierung. Während einzuplanen das mittlere Bollinger Band 5.350 ist dann schon eine Zone viel tiefer. Bitte nicht, da wird es dann langsam grenzlig. Gehen wir auch kurz in den Daily hinein, Tagesschart. Hier ist die Rallye seit Ende August nach oben gezogen. Konsolidierung steht im Raum. Hier auch wieder zu sehen, die 5.640, dreimal probiert, gestern erreicht. Und gestern deutlich auch zurück, direkt auch bis zum ersten Support gelaufen, 5.550. Und auch ein bärisch Engulfing Pattern. Also wir haben mit dieser Tageskerze die Vortageskerze ummantelt. Ist eine bärische Kerzenformation, aber die muss getriggert werden. Das heißt, wir müssten diese gestrige Tageskerze auch auf der Unterseite unterschreiten. Und am Freitag sieht man ja gerne mal, dass man doch irgendwo in der Mitte reinkommt. Und dann bloß so eine Inside Day ausbildet und das einfach noch abwortet. Kann gut sein, dass das heute auch der Fall sein wird. Und das ist heute gar nicht so spannend, würden wir nur mit einem Inside Day dann nach Hause gehen. Und die Spanne 5.550 Richtung 640 dann weiterhin aktiv halten. Wie gesagt, kommen wir dort durch, hätten wir die Auffällung Richtung 5, äh, neues Allzeithoch, 5.700. Unterhalb der 5.550, wie gesagt, dann hätten wir hier das bärisch Engulfing Pattern bestätigt. Wäre auch schon ein Hinweis, wir sind in der Konsolidierung, das ist topisch. Und wir hätten eine erste Anlaufzone im Bereich der 5.480 und dann das mittlere Bonningerband 5.440. Wäre dann schon eine gute Zone, in der man stückchenweise hinlaufen kann im besten Fall. Und dann im Idealfall dann auch in dieser Zone am mittleren Bonningerband 5.440 schon eine Umkehrtendenz ausbilden können, um wieder nach oben zu ziehen. Falls nein, Abwärtsdynamik wäre hier mit Obacht zu genießen, 100-Tage-Linie an der 5.330 hier mal durchfallen. Und es rufen dann doch eher die Tiefstände wieder, ne. Das wäre schon zu tief des Guten. Dann haben wir doch Druck wieder auf die Tiefs. Und, ähm, vermutlich kommt dann auch doch ein bisschen mehr nach im Sommergewitter Richtung 5.000, wäre dann auch wieder drin. Der MACD hier auch gut zu sehen, ne. Und auch der RSI, die wollen eigentlich schon gerne umdrehen, ne. Das wäre eine gute Kombination, auch wenn wir heute erstmal wieder stabil dastehen, aber es muss nichts heißen. Aber es wäre eine gute Kombination, Bärisch-Engulfing-Pattern, RSI, MACD, kurz vor dem Verkaufssignal, dass wir eben in genau diese Konsolidierung, in diese Zone hineinlaufen. Und im Idealfall an der 5.400 wieder stabilisieren. Gucken wir kurz mal in den Stundenschart hinein. Auch nochmal die Bewegung seit Ende. Sehen wir den Impuls deutlich besser. Die Bewegung hier war die lange dynamische 3, der man sich nicht entgegenstellen sollte, die aber an der 5.640 gute Möglichkeiten hat, in die 4 überzugehen. Gestern die Schwächetendenz. Gerne mit Zwischenschritten und nicht per Abverkauf. Also hier Stück für Stück ruhig nach unten laufen. Das würde natürlich viel besser ins Bild passen, so Stück, Stück, um dann eine Art Bullenflacke stehen zu lassen. Um diese dann auch in die 5 aufzulösen. Da sind wir schon in dem Bereich der 5.440. Das ist wirklich eine interessante Zone. Aber bitte eben nicht heute schon direkt runterfallen. Das ist das nicht. Da sind wir ganz schnell im Gegenimpuls, der dann nur bärisch konsolidiert wird. Und dann nehmen wir ganz schnell die wichtigen Widerstände aufs Kron. Also nicht direkt in diese Zone hineinknallen. Konsolidieren runter wäre in Ordnung. Dann hat man die Chance, dass das in der Tat nochmal Richtung Allzeithoch, Richtung 5.700 aufgelöst werden kann. Eventuell danach dann die größere Korrektur, Konsolidierung wäre dann auch noch drin. Aber untergeordnet steht das hier im Raum. Und haben wir das im Konsolidieren-Muster? Da ist die Chance gegeben, dass man das gut aufkaufen kann. Reinlaufen in die 1 wäre zugleich im Tagesschauert die 100-Tage-Linie. Das ist der Bereich der 5.330. Dort reinlaufen, Warnsignal. Also das sollte ja bitte nicht passieren. Hier reinlaufen, das rechnisch, nicht dynamisch, ist die Tür ganz schnell zu den Jahrestiefs wieder geöffnet. Das sind die Tiefs, die wir jetzt gesehen haben, den größten Jahrestiefs, Anfang August, die Tür Richtung 5.100 beziehungsweise 5.000, dann an der 200-Tage-Linie wäre weit geöffnet. Also Basisszenario, ja, 5.640 Schwächetendenz, die dann bis 5.540 in die Zone führen kann. Dann haben wir dort Umkehrtendenzen. Gute Chance, dass wir noch was holen können. Abwärts-Dynamik, Obacht insbesondere im Bereich der 5.380. Übergeordnet, wiederhole ich mich, gute Chancen, dass der September doch nochmal Schwäche mit sich bringen mag. Sommergewitter hat eigentlich noch ein bisschen Zeit. Dow Jones, einige Fans gibt es, schauen wir hinein. Dow Jones auf Wochensicht nahezu unverändert, ist nicht so spannend. Klebt hier etwas fest an der 40.700 mit der Unterstützung 14.4, 14.7. Alles oberhalb, haben wir das obere Bollinger-Band hier getestet an der 41.000 und darüber könnten wir auch das neue Allzeithuhr in der 41.400 wieder erreichen. Aber auch hier Zurückhaltung, letzte Rallye, leichte Ermüdungstendenzen. Das fällt momentan auf, dass das Momentum flöten geht. Fallen wir wieder unter die 40.4 durch. Wer würde es mich nicht verwundern, wenn wir weitere 800 bis 1.000 Punkte auf der Unterseite zum mittleren Bollinger-Band wiederholen können. Letztendlich, die Seitwärts-Range seit Anfang des Jahres ist ja weiter intakt. Wer Swing-Trades mag, spielt einfach ober und unterseite. Hier oben Short setzen, hier unten immer wieder Long setzen. Kann man eng absichern, kann man eng absichern mit sinnvollem CAV. Könnte man sogar unter dem mittleren Bollinger-Band absichern und sagt, ja, mit Take-Profit 1, Take-Profit 2 könnte man das untergliedern, hätte ein sinnvolles CAV. Das ist, glaube ich, eher der Dow Jones. Das kann man machen und die Oberseite könnte man genauso spielen, hätte auch gut geklappt. Also mit engen Absicherungen die Begrenzungen per Swing-Trade setzen, passt beim Dow Jones eher. Der Dow Jones ist mehr so ein Cluster-Index seit Jahresauftakt. Die können wir auch kurz hineinschauen, haben wir ja auch diesen großen Impuls eigentlich ausgebildet hier seit Ende August, der auch gut aussieht, der konsolidiert werden dürfte und dann eigentlich auch noch Potenzial bietet, nochmal auf der Oberseite was zu bringen. Aber Dow Jones ist ja tricky unterwegs, sah ja hier ganz ähnlich aus, das sah auch dynamisch aus, komplett wieder auf gut. Also ich würde wirklich eher die Trend-Begrenzungen im Fokus setzen, jetzt nicht so unbedingt auf LJ setzen beim Dow Jones, weil der einfach zu gerne diesen Impuls entgegenarbeite, auch hier in einem Galfing-Pattern zu erkennen, Chance hier eben doch zu konsolidieren. Unterhalb der 41.000, ja, 40.6, 40.3, 40.2, der Fall ist ja hier drin, auch mittleres Boninger Band, Gap-Zone haben wir ja auch noch hier. Diese Zone sollte man definitiv einplanen, wenn wir durchbrechen, geht es aber wieder Richtung 39.7. So mittendrin, Swing-Straight natürlich schwierig, wie gesagt, ich würde die Ränder hier eher beobachten. Dann können wir auch kurz einen Stündenshort hinein, da sehen wir auch nochmal diese Gegenbewegung eigentlich massiv an der unteren Begrenzung, wo man hätte eben auch Setup setzen können. Und hier oben dynamische Dritte, die Vierte bietet sich ja an, 40.4, 40.2 und dann doch nochmal Richtung Allzeithoch durchzumarschieren. Das ist so nach LJ, sieht das ziemlich mustergültig aus, dass das ein bullischer Zwischenschritt, der dann wieder aufgelöst werden kann. Auf der Oberseite unterhalb der 39.6 hingegen. Obacht, aber wie gesagt, LJ hier, ach Dow Jones, ich weiß nicht, da baut er zu viele Fallen hinein, genau wie hier, war ja auch ein bärischer Impuls nach unten, der dann, ja hier sah es auch noch mühsam aus, aber dann wieder impulsiv auf der Oberseite aufgelöst wurde. Von daher, auch gerade auf diese letzte, fünfte Welle, nein, es ist Dow Jones, ich würde die äußeren, wenn da Dow Jones-Fans dabei sind, die Trendbegrenzung, die äußeren, würde ich lieber als Einstieg suchen. Da gibt es ja auch Potenzial genug, das ist ja häufig genug vorgekommen in den letzten Wochen und sollte man sich lieber darauf fokussieren. Ganz kurz noch in den Nasdaq hinein, der ist ein ähnliches Bild wie der S&P 500, die Nummer tech-lastig unterwegs. Habe ich hier auch noch so ein Zeichen drin, naja, auch die Kappen-Händel-Formation ist hier bei Nasdaq zu erkennen, habe ich hier aber auch gut zu sehen. Im Monatschart, die Corona-Rallye, dann der Bärenmarkt in Form einer Bullenflacke, deswegen sind die übergeordneten Bilder so wichtig. Das kann man sehen, ist da schon was so groß kaputt gegangen oder können sich die Märkte noch fangen? Und ja, der Bärenmarkt, da konnte man sich noch fangen und der ist seit Ende 2022 aktiv. Auch hier kann man nicht davon reden, dass wir in einer Bärenmarkt-Rallye sind oder sogar im Bärenmarkt drin sind. Der Bullenmarkt ist hier vollkommen noch intakt. Und ja, hier war das Sommergewitter letzten Jahres und die Chance, dass man Sommergewitter in diesem Jahr sehen war hoch mit den stärksten Rücksetzer und dort sind wir drin. Und bleibt das so volatil, ohne dass auf der Unterseite was kaputt geht, dann ist das eher das Händler des letzten Jahres ein bisschen stärker diesmal. Wir haben ja auch noch ein Wahljahr, das gehört vielleicht diese Unsicherheit mit dazu und die Zinswende, da ist einfach mehr Unsicherheit und Volatilität drin. Aber halten wir das so, auch ähnlich wie beim S&P 500, dass wir hier bloß die Konso haben und dann doch nochmal einen sehr schönen Jahresabschluss sehen können. Obacht nur, wenn wir die Tiefs hier schon mal wieder reißen, dass wir ein bisschen dynamisch reißen. Das wäre ja die Gefahr, vor allem wenn wir hier dann wieder reinlaufen würden unter die 16.000, dann wäre dieser Impuls nämlich dahin. Das dürfte nicht passieren. Ist es passiert? Bisher nicht. Wir haben eine Reaktion bereits gesehen an der 17.6 hier. Das war schon eine gute Reaktion. Klar kann man hier nochmal weiter reinlaufen in die Monatskerzen, was ich auch wahrscheinlich, als wahrscheinlich ansehe, auch ein neues Tief. Wäre denkbar. Wäre denkbar, ist nicht unwahrscheinlich, aber ist jetzt nach dieser starken Gegenbewegung nicht mehr das wahrscheinlichste Szenario. Das ist immer das Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten. Deswegen in dem wahrscheinlichsten Szenario kann man ein Setup setzen mit sinnvollen Chancen-Risiko-Verhältnis. Das heißt, man sollte nicht gegen den Markt wetten, gegen den Trend wetten, nur weil man vermutet, die Saisonalität greift. Man muss immer das Chancen-Risiko-Verhältnis sehen. Man muss das Risiko-Money-Management sehen. Das wird gerne dann emotional mal ausgeblendet. Also Gegenbewegung steht, aber ich glaube, ja, hier, diese Sache bleibt bis September definitiv noch volatil. Hat man jetzt für den S&P 500 ja im Detail schon besprochen. Das sieht ja ganz, ganz ähnlich aus. Momentan aber auch hier im Wochenschort nochmal reingeblickt. Na, Abverkauf hatten wir deutlich nach unten 17%, nach unten dann über 13% nach oben seit Anfang August. Das ist die aktuelle Wochenkerze. Das ist jetzt die aktuelle Wochenkerze, die wir hier sehen. Und da sind wir gestern vom Hoch direkt auf Wochentief gefallen. Heute war das, die Wochenkerze, aber fertig ausgebildet. Kann sein, dass wir diese nur noch wieder entschärfen können. Entschärfen wir diese, ist eben auf der Oberseite auch wieder was möglich. Der Bereich der 19,6 wäre heute eigentlich schon spannend. Vorbörsig sind wir in dieser Zone schon drin. Aber wir haben es ja auch um Paul, 16 Uhr noch gut möglich, dass hier ein bisschen Action aufkommen kann. Und da schließen wir so schwach, lassen wir diese Wochenkerze stehen. Ist es die Einladung für die nächste Woche? Ja, die Konzo steht im Raum. Unterhalb der 19,6 öffnen wir die Tür im Bereich 18,9. 18,8 vielleicht maximal wäre das unsere Spielwiese dann in der nächsten Woche. Dass wir dort hineinlaufen können. Also wenn man den wirklich so schwach schließen. Oberhalb halten wir den Bereich der 19,6 auf alle Fälle die Range 20.000. Und sogar die Tür wieder zu öffnen Richtung 20.400 wäre dann drin. Und dass wir diese Zone mit Zwischenzone 20.000 wieder hätten. Also Wochenabschluss wird schon interessant. Also unterhalb der 19,6 gute Einladung, dass das unser nächster Wochencluster wird. Der dann sicherlich auch nochmal erweitert werden kann. Aber das wäre der bullische Wochencluster. Denn im Zwischenschritt steht nun mal etwas im Raum. Schauen wir uns kurz den DDI an. Tagesschau, ähnliches Bild hier beim S&P 500 gestern. Dann auch die Schwäche gesehen am Wochenhoch und direkt zum Wochentief gefallen. Auch bärisch ein Gullping-Pattern ausgebildet. Also innerhalb, dass die Vorwochenkerzen ummantelt, ist ein bärisches Signal. Aber muss getriggert werden. Das gehört eben auch dazu. Heißt, wir müssten heute eigentlich die 19, was ist das ganz genau? Die 50 Tageslinie verläuft auch in dieser Zone ziemlich genau. Auch die 19.500 knapp darunter müssten wir durchbrechen. Ideal auch per Sportkurs. Deutet sich erstmal nicht an. Aber dann wäre das getriggert. Und wir sind dann ganz schnell in dieser Zone drin, die wir eben besprochen haben. Mittleres Wollinger Band verläuft an der 18.9. Die 100-Tage-Linie an der 18.850. Also es wäre dann die schöne Einladung, in diesen Cluster hinein zu konsolidieren. Die Gap-Zone von letzter Woche könnten wir dann auch noch schließen. Also das sind die Zonen, die wir haben. Also kurzfristig gesehen 19.9. Widerstand. Alles oberhalb schließen die Woche. Gute Einladung, weiter zu steigen in die Gap-Zone Richtung 20.100. 20.300. In der kommenden Woche dann ist für heute alles nicht relevant. WMD-Einladung, diese Sache weiter auszudehnen. Brechen wir durch. Bestätigen wir dieses Bearish Engulfing Pattern. Unterhalb der 19.500 ist der Cluster für die nächste Woche meiner Meinung nach ziemlich gut geöffnet. Richtung 18.8. 18.9. Gute Supportzone. Da haben wir dort bereits starke Gegenwehr-Chance, dass der Impuls auf der Oberseite wieder aufgegriffen werden kann. Zwischenzone wäre hier im Gap drin an der 19.1. Brechen wir dort durch. Hingegen unter die 18.8 wird es ein bisschen gefährlich, weil wir dann auch in diesen Impuls hineinlaufen. Also die 18.6 hatte ich ja schon letzte Woche hier reingeext. Sollte man nicht reisen, ähnlich wie die 5.330 beim S&P 500. Das wäre dann eher wieder der Türöffner zu den tiefsten. Und dann hätte man eine ganz schöne Schaukelbörse. Und dann ist auch ganz schnell wieder nicht nur die Sorge, sondern gegebenenfalls auch die Angst im Markt. Auch hier nochmal der Impuls im Stundenschart. Die Schwäche gesehen ja vor der 20.000. Dann doch schon runtergelaufen. Zwischenschritt hier wirklich denke, wir wollen im bullischen Sinne keine zu starke Abwärtsdynamik Richtung 18.9, 18.8. Also nicht direkt dorthin fallen. Zwischenschritt einplanen. Dann mit mal hier auch in diese Anstiegsbewegung, die wir haben hier in bullischer Struktur, kompletieren können. Dann wäre dann wieder die Einladung, noch die 5 hier auf der Oberseite Richtung Gap-Zone, Richtung 20.3, dann zu attackieren. Also momentan ja, gute Chance, dass wir hier durchlaufen wollen. Aber es ist eben momentan auch noch ein bullischer Impuls, den wir hier haben. Der eben dann nur in die 4 hineinläuft. Im Idealfall haben wir die Hälfte der Strecke schon fast erreicht. Und holen den Rest an der 18.9, 18.8 in der nächsten Woche. Um dann eventuell doch nochmal nach oben zu ziehen. Was nicht passieren darf, wie gesagt, der Bereich in die erste Welle, knapp 18.5 hineinlaufen. Und wir sind dann ganz, ganz schnell wieder an den Tiefs. Dann muss man sich dort wieder stabilisieren, an der 17.5 hoffentlich. Ansonsten geht es dann doch gutes Stückchen weiter. Dann ist die 17.000 massiv unter Druck. So, das soll es ein bisschen sein. Ja, der Impuls, den hatten wir letzte Woche eigentlich schon eingezeichnet. Es ging, es war wirklich Sommerhandel, kaum veränderter Handel. Der erlebte Impuls. Der wurde jetzt etwas aufgegriffen mit der Schwächetendenz. Mit Zwischenschritt, haben wir diesen Zwischenschritt drin. Es ist eine gute Chance, dass das in der Tat der bullische Impuls bleibt. Der dann auf der Oberseite nochmal neu hochspringen kann. Bevor es dann im September, beziehungsweise wir mit der Septemberkerze, doch nochmal in den August, in den August-Range deutlich hineinlaufen können. Übergeordnet, das war mir wichtig, das auch nochmal zu zeigen, leben wir nicht, weil gleich immer die ganze Panik dann aufkommt, leben wir wahrlich nicht in einem Bärenmarkt, wir leben doch in einem Bullenmarkt, der dieses Sommergewitter, diese Sommerkorrektur, sehr typisch in der Saisonalität ausbildet. Und momentan bilden wir es aus. Ja, wir bilden es volatiler aus. Das ist auch dann schwieriger für Trader. Bilden es volatiler aus. Aber wir haben eben auch volatile Zeiten. Konjunkturuntersicherheiten, geldpolitische Unsicherheiten, politische Unsicherheiten, Thema Wahl. Ja, dann haben wir halt eine größere Schwankungsbreite, aber sie ist noch nicht zu groß und vor allem ist sie noch nicht zu bearish. Passiert es, verpasst ihr es hier auf diesem Kanal nicht oder kommt direkt in den Traders Club. Dann seid ihr sowieso von früh bis abends in jeglicher Hinsicht, ob technische Analyse, ob fundamental News, alles gibt es dort. Seid da immer bestens informiert und habt auch einen sehr guten Austausch. Das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Für alle, die den Kanal abonniert haben, die sehen mich ja nochmal dann live zu Jerome Paul. Der spricht 16 Uhr. Das soll es gewesen sein. Bis bald. Macht's gut und ciao.